willkommen mein namens dann die europäische bildung zuletzt play so was meiner spaß ultimate immer noch mit die karriere am start da ist ein regler machen wir den fertig warum schadenswert steckt angst auf des gegners items lipsticks was soll es schaffen ein paar typen wir sind ein doto hier verfrachtet da wird es ja wohl auch hoffentlich irgendwie bringen und dann gekonnt hat echt die schnauze voll habe ich sorge weit ich gucke mal an wie groß die blume bei mir auf dem kopf ist gesicht okay also mal noch mal du die fresse wo macht nämlich so finde ich sagen dass ich verdammt auch noch mal treffen verdammt man aha ich bin ich warum dieser kampf so schwer ist ich bin ich und wir sind meine blume so riesig alter warum hab ich denn immer so einen riesenstängel auf dem kopf gibst du einfach nicht warm 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 gott naja ich noch im leben will ne ist das ist das also nichts nein nichts nein nein war ha ha war war bereit, los! Nimm das! Nicht die Blume so geschlagen habe, als wäre er irgendwie ein Baseballschläger. Lief das so gut am Anfang. Ich will nicht die Blumen aufsammeln, verdammt. Nein! Tut die ganze Zeit die Blumen einsammeln. Komm her! Grüß Gott! Wo ist dieser eine taunt? Kommt mit Lipsticks. Habe ich nicht so weit schon. Huui! Das ist meine Truhe öffnen. Ha! Geisterpunkte! Dafür steht also GP. Das ist ein neuer Kämpfer. Björn und Rosina. Da können wir gegen die Eisklimmer aus den niedrigen Schwerk auf alle bleiben. Länger in der Luft. Okay. Massenhaft iTunes. Alles klar. Ich bin sehr schwer. Ja. Das könnte lustig werden. Was? Was? Wie habe ich so viel Schaden genommen auf einmal? Ich verarsche mich doch ein bisschen. Hey, warum krieg ich keine Dings? Ein Erfahrungsmunkt für meinen Geist habe ich keinen Geist ausgerüstet. Aber ich den ins Dojo einmal geschickt habe. Nämlich deswegen so viel Schaden. Hallo? Boah. Ja, irgendwie geht das doch nicht. Ja, ich habe gar nichts ausgerüstet. Danke. Und auch ob ich so auf die Friste kriege. Okay. Es gibt 30% Schaden, stärker für Abwehr. Ja, probieren wir mal. Vielleicht bringt es das ja. Wir nehmen sowieso viel Schaden. Irgendwie bringt es das nicht so. Schaden. Komm. Guck mal her. Die haben jetzt 20% Schaden? Waxum, die kriegen ja kaum Schaden. Oh. Alter, da war man hier so gut wie gar keinen Schaden. Ah. Wo genau vor einem neuen Kämpfer, das ist ja sowas von klar. Boah, Junge, haben wir gerade erst begonnen, ich habe schon 100%... Alter! Nee. Das Spiel ist ganz schön frustrierend. Und warum sich lang hier lang. Tiki Takas, warum es auch ein Kämpfer, weil ich wahrscheinlich auch nicht kriege. Purus Smash, gibt ein Bestes und Gewinne, alles klar. Einfach nur normales Smash und wieder gegen die Kong, den haben wir schon jetzt meilig. Da sind vier Stück. Boah. Ah. Tschüss. Einfach den hier. Klatsch, klatsch. Einfach die Backhand. Bitch slap. Smash. Oh. Das war drei erledigt. Damit... Gewinnen! Der eine Turn hat der in immer. Nur seine arme Sohn, seine Hände, seine Rommacht so ruuu... Mit dem Kopf schüttelt. Ich habe der hat den gar nicht mehr. Dreck. Wies nicht ob mir hat gefällt, das ist mein Lieblingstar und gesamtes Spiel. toilet der gegner jahr hat noch items also schon wieder zwei oder einer sieht so aus wie ein tod so frustrierend nur so werde ich besser halte man kann ich auch mal wieder mal machen die nehmen auch für wenig schaden was ist ja eigentlich los wenn ich ein high level gebiet oder was ich sage ich gehe mal irgendwie zurück so langsam gefühl ich bin ja verlaufen schwierigen gebiet oder so gehen dann nehmen wir irgendwie nie schaden 9100 ja ich glaube ich bin echt jeden so und der hat jetzt gespeichert oder nicht msb glück weil ich dachte ich kann rennen so wie ein pokémon ich habe da nicht gespeichert doch oder ja ich wollte schon sagen ich gehe mal ganz am anfang jetzt zurück morag ball sie den hauptgegner um zu gewählen ist brennt der bodenvorsach schweren schaden er hat auch noch kein bock ich gehe mal ganz zurück das auto und dojo dingen glaube ich sakura feiern der 9100 wie kann ich die ganze karte noch mal sehen da unten ist ein kämpfer glaube ich möchte nicht geholt aber ich dachte er wird dann darauf müsst ihr da müsst ihr auf jemand anderem verzichten da habe ich glaube ich gedacht ich glaube ich habe gar nicht gedacht oder hat er mich fertig gemacht was was da war ja hier kriegen die wenigstens schaden die gegner also die haben immer priorität habe ich das gefühl nein das gibt es doch einfach nicht weg mit den dingern bis euch einfach in die fresse und kämpft nun mit doch gekommen war ich dann gepiste soll jetzt habe ich aber die schnauze voll mutig mitten in die fresse geschah wird neuer kämpfer brittany brittany nach das genau war ganz zurück hier habe ich glaube ich noch alles erledigt wir teusten und ein schick und der bewohner sind abgeriegelt nein ob sie in der zeiten der gesetz auf seinem spezialstandard ein dann spielen wir noch als die k olima werde ich nicht spielen oder man kann ich gar nicht spielen naja der hat ja nicht mehr wenn du nicht mal im feuer anzug wird mach mal mario versus pacman dann haben wir noch nicht versucht glaube ich ich habe nur noch ein paar sekunden okay das war schnell den austauschen die eigene aus soll es auch nicht schlecht fick kämpfer lernen von das ist der truhe was hier naja da kommt mir noch bekannt vor größter punkte pro punkte 32 damit lässt sich damit anfangen verlängert und verwundbarkeit beim ausweichen luftausweich flüge gleich stärker griffe und würfe da täte ich gerne steckt eine standard angriff okay dann gehen wir hier so lang also blaze the cat noch mal noch kommen diesmal müsste es ja wohl schaffen da wird stärker ich bin besser ich bin schlauer ich bin schöner und besser geschminkt als du ich habe vorher nicht einfach löschen damit bist du nicht nein ich bin ich ins feuer eingefallen bin so meinst reingefallen ich bin es nicht meinst uhr nein ja ich werde später feuerat im stadt mit curry feuerat und das ist auch nicht schlecht bin ich danke wir haben wir noch hier will da rein als ja aus wie so ein dojo ich glaube da habe ich versuchte schwer kraft für dich und jetzt nicht so schwierig sagen wir mal noch gar nicht gekämpft glaube ich da ist die starke schwecke auch gut meins mein gott nein man mit einem kick als wenn ich schneller da habe ich mehr schwerkraft um bin schneller und kann überspringen nein nein blick weg oh nein tschüss aber ich kann lust wenn das schaden durch feuerböden jetzt noch ein weiter charlie den kopf verstärkungen rutscher haben bremsen ist was unmöglich der gegner schad mit einem bohrer versuch man hat noch und dann reicht es da möchte ich das haupt mit zurückkehren und zu gucken ob irgendwie meilenstein oder charaktere freigeschätzt haben kann man ja so mal nachgucken ich glaube ihr startet mit bohr richtig erledigen jahre hier sind sich davon treffen war bis euch immer noch im leben ich fast nicht tschüss danke charlie aktivitätsleiter geist dass wir so ein ding jetzt hier zum lernen du kannst du deine ganze verkündungen in die höhlen schicken ok wir können so trupps aus geist sozusagen für einen schatz zu schicken ausfüge dauern stets eine weile doch wer durchhält wird auch reich beschwert charlie du bist ja wegen der exhibition ja wir soll sich auch mal ein stein ziehen zusammen ob es ich jetzt den ganzen stamm auf versuche ein und die katze dann ab marsch noch sechs stunden wat ok so irgendwann ist da aktivitäten ok moment haben wir ja alles da sind noch drei kämpfer gesagt danach reicht aber wie wir jetzt hier schon geschafft haben in diesen ein gebiet war vorher fast unmöglich wenn wir nicht lässt sich nicht öffnen dann speichere ich mal her und man habe ich noch etwas nennen kann hier nur ich war ganz kurz hier dann kommen wir mal im hauptmenü vielleicht habe ich ja schon einen charakter freigeschaltet oder so guck mal hier geister katalog man jeden nachgucken eine ganze menge fehler noch verkaufe sachen für watt denn hallo ok das wäre mal nicht schlecht ja vielleicht sollte solche sachen auch mal einsetzen aber vielleicht eine gute idee naja ich will mal ganz zurück haha genau da habe ich mir gedacht neuer gegner herausfordert trifft ein wir haben paar charaktere freischalten ich glaube er ist nicht auch schwer eingestellt das hätte ich ja schon vor frisse gekriegt naja man ist frei gespielt es kämpft nun mit wo ich hier schon haben kann ich die jetzt auch im abenteuer muss benutzen ja ne snack gold mit tollkorn brille agneta lipsticks so haben wir zehn verschiedene geister zu damals geister training im dojo feld er übrig zwölf alter in der abenteuer gabe rette im abenteuer muss 30 leister spielen in geister spielers geister dojo frei die geister erkundung frei rette ein kämpfer ist ein geist hinter ist auf der welt karte entfernt ok zum ersten mal den abenteuer muss gespielt ich habe ja was bekommen der co man spiele arbeit ein gold von 5000 g oder mehr an schneide kämpfer und beuteil neue geister noch mal bei truhe shop meine sache für den harter kämpft von ein harter kämpftes gold ok wie kleidung die musik kann ich mir hier kaufen warum nicht sag mal ich habe jetzt neun charaktere maßgeschneidte kampagne für jeden kämpfer sechs siegen dann warte an den boss auf dich ich höre die stufe ist schweres spiel doch es auch wertvolle belohnungen früheren stufen siehst du mehr von den wand bild je weiter du kommst es zu mehr punkte hältst du so ach charakter die ich im abenteuer muss er spiele kriege ich auch okay das ist aber gut große game ja auf reisen nach new don kong kong city 12345678 10 11 ok ich habe schon mal vier charaktere frei gespielt pacman olima maf und ness ich würde sagen da war es dann für diesen part und in der nächsten folge kommen wir mal weiter dann machen wir wahrscheinlich weiter den abenteuer modus geht ja auch eine idee ja okay dann sage ich dankeschön für zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten folie wieder mit denen das kommentare abos oder gleich so wäre richtig nett danke